Hallo Leute und willkommen dir heute mal zu diesem besonderen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, ich will dieses Video gar nicht so lang halten und ihr Leute, ich würde sagen, ich fange direkt an und let's go. Wie man es im Titel gelesen hat und vielleicht schon erahnen konnte, wird dieses Video das Ende von meinem alten Agile Intro sein. Das Intro hat uns jetzt schon ein gutes Jahr begleitet und ja, heute ist es leider, was heißt leider, aber ist es soweit. Es ist einfach Geschichte nun. Ich werde dieses Intro ab sofort nicht mehr für meine Videos verwenden. Es wurde mir auch schon in die Kommentare geschrieben, natürlich positiv gemeint, aber prinzipiell. Und ich war mir auch schon in dem längeren bewusst und habe eigentlich auf nur so einen Kommentar auch schon gewartet. Und habe mir aber auch schon gedacht, irgendwann jetzt im neuen Jahr werde ich es auf jeden Fall beenden. Und ja, jetzt dieser Kommentar hat mich nochmal daran erinnert. Und nein, hatet nicht den Kommentar weg, es liegt nicht am Kommentar. Und zweitens war der Kommentar positiv gemeint und eigentlich nur ein positives Feedback für mich. Deswegen bin ich sogar eher dankbar darüber. Und ja, das hat mich daran nochmal erinnert und ich wollte es sowieso schon ändern. Und ja, Leute, jetzt ist es soweit. Mein Intro werde ich ab sofort nicht mehr verwenden. Normalerweise habe ich mein Intro gemacht und dann Let's Go gesagt und dann kam kurz das Intro. Und dann kam das Gameplay oder das, was wir in dem Video gemacht haben. Dann war das dann nachzusehen. Und ja, ab sofort war es einfach nicht mehr so sein. Ab sofort wird da an der Stelle einfach ein Cut sein und mein Intro wird vielleicht minimal verändert oder so. Also, werde ich vielleicht minimal anders machen. Das werde ich dann schon im nächsten Video sehen, wie ich mein Intro beginne. Ohne das Intro. Das rutscht mir dann einfach so aus dem Mund raus. Und so, wie mir es da dann aus dem Mund raus rutscht, wird wahrscheinlich dann einfach mein Intro sein. Also, Leute, macht euch da nicht so wirklich große Gedanken. Das wird prinzipiell eigentlich alles gleich bleiben. Nur dieses Video dient nochmal zur allerletzten Ehre meines Intros. Grüße gehen auf jeden Fall an der Stelle an Juli raus, wo mir dabei großartig geholfen hat auf jeden Fall. War auf jeden Fall ein geiles Intro. Nicht wundern, also, es liegt nicht daran, dass es qualitativ schlecht war oder von der Musik schlecht war oder von irgendwas schlecht war. Nein, ich fand, es hat eigentlich ganz gut zu mir gepasst. Allerdings sind solche Intros einfach schon seit längerem out. Aber am Anfang meines Kanals wollte ich einfach so ein Intro, damit ich irgendeine Marke habe, auch so ein Zeichen, wo man denkt, ach stimmt, das war von Agee das Intro. Und, ähm, ja, das ist tatsächlich so ein bisschen zu meinem Merkmal auch geworden mit der Zeit. Hat uns jetzt ja über ein Jahr bekleidet, jetzt bald 2000 Abonnenten. Sage ich auf jeden Fall nochmal Dankeschön, auf jeden Fall Kurs geht raus. Und, Leute, ja, mehr will ich eigentlich gar nicht mehr labern. Ähm, ja, damit ist das Intro absolut Geschichte und werde ich höchstwahrscheinlich nicht mehr verwenden. Und, ähm, oder halt einfach nicht mehr als Intro verwenden. Und, ähm, ja, Leute, deswegen kam auch gestern ein Video, wo nur mein Intro zu sehen war. Es haben sich viele gewundert, hä, was ist jetzt da los? Warum hast du dein Intro hochgeladen? Ähm, und, ja, Leute, mehr gibt es nicht zu sagen. Ähm, ich beende das Video jetzt. Ähm, ich hoffe ihr, ihr versteht meinen Grund. Und, ähm, ja, Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das kann man eigentlich nicht sagen, wenn, ähm, ihr informiert würdet durch dieses Video und euch mein Kanal gefällt, dann, so kann man das sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und, ja, Leute, ich würde sagen, habt einen schönen Tag. Und, ja, hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, haut rein und ciao, ciao.